Hallo und herzlich willkommen hier im Ratgeberstudio. Mein Name ist Birgit Schneider. Hier im Ratgeberstudio bin ich die Expertin für den guten Auftritt und die Moderation. Heute möchte ich Ihnen ein paar Tipps geben, damit Sie sich vor der Kamera wohl und sicher fühlen. In meinem heutigen Tipp geht es darum, wie Sie mit Sprechübungen eine klare und deutliche Aussprache erreichen. Ich habe Ihnen daher meine beiden Lieblingsübungen mitgebracht, die zum einen wirklich eine erhebliche Verbesserung der Sprache bringen und zusätzlich auch noch Spaß machen. Legen wir also los. Durch die präzise Artikulation der Konsonanten und Vokale erzielt man eine klare Aussprache und erhöht die Resonanz der Stimme. Stellen Sie sich daher vor sich eine weiße Wand vor, die Sie nun mit einem Pinsel bemalen. Als erstes machen Sie Pinselkleckse auf die Wand. Dann malen Sie kleine Haken. Dann hämmern Sie daran. Sie können auch noch etwas dran tackern. Löcher bohren. Und zum Schluss können Sie noch mit einer Walze die ganze Wand streichen. Der Fantasie sind praktisch keine Grenzen gesetzt. Hauptsache, Sie nehmen Laute und artikulieren in die Ferne. Also nicht st, 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 sondern st, st, st. Wenn Sie mit den Konsonanten dann fertig sind, können Sie mit den Vokalen noch das Ganze abschließen. Vokalen bringen die Emotion ins Sprechen. Also fangen Sie an mit A, O, I, 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 I. Sie werden merken, je öfter Sie das üben, umso deutlicher wird Ihre Aussprache. Endungen werden besser betont und weniger verschluckt. Das liegt daran, dass Sie mehr Spannung im Körper haben und die ausdrucksstärkere Sprechvariante haben. Ich wünsche Ihnen jetzt viel Vergnügen beim Gestalten Ihrer fiktiven Wand und den anschließenden Vokalübungen. Bis zum nächsten Mal.